Andrea Remo Verone ist ein deutsch-italienischer Schauspieler. Er lebt zur Zeit auf Mallorca, Leben und Karriere. Er besuchte die Freiburger Schauspielschule und spielte seit 2000 unter anderem in folgenden Theaterstücken mit. Patricia und der handlungsreisende Leo Simpson, der Lügner von Carlo Goldoni, Fräulein Juli von August Strindberg. Heute Abend wird aus dem Stegreif gespielt von Luigi Pirandellos, Victor oder die Kinder an der Macht von Roger Vitrak. Verone war in verschiedenen Kino- und TV-Produktionen zu sehen wie Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Kinoproduktion ZDF, Unser Papa-Studio, Hamburg ARD, Bloch SWR, Edith und Hermine ARD de Geto. Als Gründer, Koordinator und Projektleiter von Mallorca Schauspiel ist er seit 2007 als Regisseur und Dozent für die Fächer Schauspiel und Improvisation in der professionellen Schauspielausbildung tätig.